Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Build. Guckt mal, ich habe gerade jetzt schon während des Ladebildschirms das Video gestartet, weil erstens dauert der Ladebildschirm ewig und mir ist langweilig. Und zweitens, auf jedem Comic hat Grognack ein Schwert in der Hand und sogar oben beim Schriftzug, Grognack der Barbar, können wir uns hier auch nochmal irgendwo anschauen bestimmt. Genau, ist immer dieses Schwert runter und er hat immer ein Schwert, immer, überall ein Schwert. Also warum ist seine replikierte Signature-Waffe eine Axt? Er hat jetzt nie eine Axt. Ich muss jetzt mal in den Comic-Stand gehen und schauen, ob er in irgendeinem Comic eine Axt hat. Ein Schwert, da hat er gar nichts. Nix. Nix. Schwert. Schwert. Kette, aber ich glaube eher, das ist eine Kette, an die er gebunden ist oder so. Ah, hier benutzt er eine Axt. Okay, alles klar. Das sieht so aus, als wären das die älteren Comics. Ich weiß nicht, warum, von den Illustrationen her. Oder das sieht aus wie Comics aus den 60ern. Das sind modernere Comics hier. Vielleicht so 90er. Vielleicht auch 80er, 90er. Das ist eher so 50er, 60er. Und da hat er eine Axt, einmal. Okay. Jetzt muss ich noch schauen, ob die wirklich... Ich glaube, aber die sieht ein bisschen anders aus, ne? Ja. Naja, komm schon hin. Ist schon gut. Alles klar. Aber eigentlich hat er halt irgendwie meistens ein Schwert. Aber vielleicht... Aber das Schwert hat auch eine ganz besondere Form. Das sieht auch immer gleich aus. Vielleicht benutzt er das Schwert nur, weil er seine Super-Axt, die er am Anfang hat, die ihn quasi unsterblich macht, verloren hat. Und die restlichen Comics handeln von der Suche nach dem Schwert, das ihm göttliche Super-Power verleiht. Ja, wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir mal nun zu etwas vollkommen anderem. Ähm... Generator, Generator... Ich hab schon wieder nicht dran gedacht, dass hier vielleicht mal noch die Treppe in die nächste Etage gehen muss. Weil wir haben noch nicht mal so die großen vier Fraktionen des Commonwealth abgebildet. Geschweige denn Nuka World. Was wir schon allein mit Nuka World alles machen könnten. So. Ich muss jetzt ein bisschen drauf achten. Hey, gestern Abend... Ich wär fast wahnsinnig geworden. Ich wollt gestern Abend noch einige Folgen aufnehmen. Halt vorproduzieren natürlich. Und, ähm... Plötzlich hatte ich diesen Bug, der bei Fallout 76 schon zweimal jetzt aufgetreten ist, dass mein Aufnahmeprogramm einfriert. Das Bild plötzlich einfriert. Ich hab... Ich dachte, ich hab's repariert, aber... Naja, wie das so ist. Auf jeden Fall, ähm... Hatte ich dann diesen Fehler immer und immer wieder. Und teilweise dann plötzlich... Normalerweise ja immer erst nach 15 Minuten oder so. Plötzlich dann teilweise sofort. Also nach ein paar Minuten Aufnahme schon. Und ich hab da Stunden damit verbracht zu versuchen... Na, machen wir die Mauern später. Wirklich Stunden. Versucht, das zu reparieren und was aufzunehmen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen kommt auch heute die Folge wieder ein bisschen später. Weil ich's nicht mehr rechtzeitig geschafft hab. Ich war dann gestern einfach genervt und hab gesagt... So, ich geh jetzt ins Bett. Was habt ihr jetzt davon? Okay, Captain Cosmos. Ich glaub, der ist nicht mal ein offizieller... Held. Oder gibt's den irgendwo offiziell? Wird der offiziell mal irgendwo erwähnt? Bei den Hubris Comics? Oder ist der ein rein fiktiver... Mod-Held? Weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich mein, Jingles the Moon Monkey gibt's. Und der Mod macht quasi... Der Creation Club Mod... ...macht quasi Jingles the Moon Monkey zum... ...gehilfen von Captain Cosmos. Na gut, holen wir mal Captain Cosmos Zeug. Ach, vielleicht... Schauen wir... Ich glaub, auf dem Rückweg will ich noch mal einen Rundgang durch das komplette Museum machen. Erstens wollen wir vielleicht noch ein paar kleine... Ah, stimmt. Die Kinder des Atoms hab ich ganz vergessen. Vielleicht machen wir auch lieber die Kinder des Atoms. Habe ich eine eigene Kiste für die Atomkinder? Sollte ich eigentlich haben. Dann würde ich nämlich das gerne mal abschließen. Das ist die Comic-Kiste. Wasteland, Gunner, Fallensteller... ...Kinder des Atoms. Atomsurteil, Atomsbollwerk... ...und so weiter. Ich nehm mal alles mit. Dann machen wir das. Schön. Aber ich will jetzt wirklich kurz durchgehen. Erstens, weil eben genau so Sachen fallen mir dann vielleicht auf. Und zweitens schau ich mir immer wieder gerne an. Die Beleuchtung hier unten gefällt mir nicht. Aber das liegt halt einfach auch ein bisschen an Fallout. An der Fallout 4-Lichtengine. Habe ich hier keine Tür im Museum? Ernsthaft? Hatte ich hier noch nie ne Tür? Also ich... ...bin verwirrt. Und könnte schwören, dass ich hier ne Tür habe. ...hatte. Aber okay. Machen wir halt ne neue Tür. Dudel, 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 die. Tja. So. Ähm. Ist das jetzt bei Structures? Wahrscheinlich, oder? Doors. Ich hätt gern die... Ich weiß genau, welche Tür ich will. Ich muss nur hinkommen. Das Laden braucht ein bisschen. Genau. Die weiße Standardtür. Die hätt ich im Grunde gerne. Die ist, glaub ich, noch am edelsten. Oder gibt's die durch den Mod auch in schöner? Nein. Nein. Nur in noch hässlicher. Man könnte natürlich auch... ...so ne Tür hinnehmen. Vielleicht auch die rote hier. Aber ich find die weiße, die... Die hat die... Die strahlt so schön. Naja. Ähm. Der Fahrhaberbereich ist schon nicht schlecht, oder? Ich find der ist ganz schön geworden. Oh, guck mal. Der steht da komplett im Dunkeln in seiner Supermarinerüstung. Ach, weil ich den erst nachträglich gebaut hab. Ja. Ich habe mit dem Museum angefangen, als wir noch keine Mod-Teile zur Verfügung hatten. Und deswegen... Ähm. Habe ich den erst nachträglich hinzugefügt mit seiner Marinerüstung. Und das bedeutet, dass der eben noch keine eigene Beleuchtung hat. Ach, es wäre so cool, wenn man Nebel ein bisschen schöner simulieren könnte. Also ein bisschen besser als durch diese Nebelsäulen, weil die will ich nicht überall hinstellen, weil der Radius so riesig ist. So, jetzt wird der auch schön beleuchtet. Überall die Matrosen. Der kriegt vielleicht auch nochmal seine eigene Lampe da unten. Und ich hab... Ich find irgendwie brauchen wir... Ich find's schön, dass hier das kleine Schiffchen ist. Und daneben dieser riesen Angler. Wenn man wirklich so einen riesen Angler im Spiel sehen würde. Das find ich irgendwie cool. Und dafür gibt's ja diesen Godzilla-Mod. Gushira. Oder auch riesen... Ähm... Riesen... Todeskrallen-Mod. Verzeihung. Okay. Ja, ich weiß nicht. Diamond City ist schon ein bisschen mager ausgefallen, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, was wir da noch großartig mehr machen sollen, ehrlich gesagt. Wir haben sogar unseren... Unseren Nudelkoch. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Verzeihung. Und auch hier. Naja, jetzt wo wir Mods haben, könnte man sich die beiden nochmal annehmen. Diamond City und... Name... Name... Namensgedächtnis... Hilfe... Äh... Goulhausen... Hancock-Stadt. Und hier ist schon das zweite Stockwerk mit den Raider-Banden. Es gibt schon viele verschiedene Raider-Banden in dem Spiel, ne? Die Jünger... Die... Die... Das Rudel... Mit dem lebenden Goul da hinten. Ich finde das immer noch nicht gut. Erstens ist das gefährlich und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob die nicht doch leidensfähig sind. Und das ist auch ein bisschen gefährlich. Die Messer sind stumpf und... Und so. Bestimmt. Bestimmt. Die Unternehmer haben mir ist der Name nicht eingefallen. Die Fallensteller. Die hätten auch runter gegenüber von Verhaber hin gekonnt, eigentlich. Hm. Tja. Zu spät. So, und hier kommen jetzt dann gleich noch ein bisschen Kinder des Atoms hin. Damit das hier nicht so leer ist. Hier haben wir die... Wie heißen sie? Die Robo... Die Robo-Guys. Nenne ich sie mal liebevoll. Ich muss echt ein paar Lampen mehr platzieren. Diese ganzen Sachen, die ich durch den Mod erst nachträglich noch reingestellt habe, die sind gar nicht beleuchtet. Das finde ich nicht schön. Die beleuchten wir. Oh. Da sehe ich schon. Da hängt das Video schon wieder. Schon wieder der gleiche Fehler. Ich bin froh, dass ich jetzt das hier aufnehme. Und nicht Fallout 76. Weil sonst wäre das schwieriger, dass ich das behebe. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das jetzt hier vielleicht reparieren kann. Ja. Funktioniert. Mal schauen, wie lange. Mal schauen, wie lange. Mann, Mann, Mann ist das nervig. Da muss ich wirklich... Also wenn es in den nächsten Tagen wieder zu Verspätungen oder gar Videoausfällen kommt, dann wisst ihr, woran es liegt. Das tut mir sehr leid. Aber ich muss das irgendwie hinkriegen. Immer ist irgendwas, Mensch. Wie viel Geld und Zeit ich schon in das gesteckt habe. Wirklich. Es ist echt nervig. Naja. Wie heißen sie jetzt? Die Robomaten. Die Robomaten. Und die Standardradar. Und die Gunner. Und natürlich die Supermutanten. Die, wenn man es genau nimmt, im Grunde auch nur eine Raider-Fraktion sind. Man könnte natürlich argumentieren, ob man die Fallout 4-Bruderschaft auch zu den Raidern packt. Weil eigentlich... Irgendwie sind die auch Raider. Im Großen und Ganzen. So, Kinder des Atoms. Jetzt suchen wir mal Sachen, die euch schön repräsentieren. Zum Beispiel diese Lampen, die wie Flaschen aussehen. Ich weiß nicht, ob die hier mit dabei sind. Die sind dann wahrscheinlich unter Dekoration Kerzen und Lampen. Nein. Dann sind die wahrscheinlich unter Dekoration Sonstiges. Die finden wir schon. Die finden wir schon. Und dann... Dann... Wird es hier kuschelig. Maschinen. Ne, das ist alles falsch. Themes. Schauen wir mal, ob es bei Themes vielleicht extra was für die Kinder gibt. Children. Achso, nee. Das sind die falschen Children. Ich glaube, da ist mir schon was passiert. Ah ja, Kinder des Atoms haben eine eigene Dekorationsabteilung. Jetzt bräuchte ich aber vorher eigentlich... Jetzt weiß ich, wo die sind. Fast mal noch Möbel hier. Einfach ein paar Tische und Stühle. Hässliche Tische und Stühle. Die sind ja meistens nicht sehr schön eingerichtet. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass mit den Kinder des Atoms, die in The Glow leben, dass da mal ursprünglich irgendwie mehr geplant war? Irgendwie kommt man da hin. Man kann mit einer Person reden. Die deutet dann in die Richtung, wo der Supermutantenwissenschaftler sich versteckt hält. Und das ist alles, was man mit denen wirklich interagieren kann. Ich hab das Gefühl, da wäre wahrscheinlich mal mehr geplant gewesen. Aber dann kam erstens alles anders und zweitens Zeit und Geld und ein böser Publisher im Nacken. In dem Fall Bethesda selbst, aber halt eine andere Abteilung. Die sagt, jetzt werdet mal fertig hier. Das Spiel muss vor Weihnachten draußen sein. Wahrscheinlich war es so. Wo sind denn Tische? Ich will gerne normale Tische. Ah ja, normale Tische sind bei diesem blöden Kästchen. Deswegen bin ich da immer so verwirrt. Das passiert mir jedes Mal wieder. Dass das Symbol für normale Tische dieses Kästchen ist. Komisch. So, ich stelle hier hinten noch was hin. Oh, da könnte man was rein noch so. Okay, quetschen wir hier noch was rein. Und dann ist das eigentlich genug an Tischen. Nur ein paar Oberflächen, damit wir da Kerzen und Zeugs draufstellen. Und das Video hängt schon wieder. Hey, das ist echt schlimm. Das ist echt nervig. Wenn ich nur wüsste, woran das liegt. Ich habe nämlich, als der Fehler zum ersten Mal auftrat, nichts geändert oder so. Gar nichts. Das war plötzlich da und wurde immer schlimmer und schlimmer. Und dann hatte ich es repariert und es ging wieder alles. Und jetzt wird es wieder schlimmer und schlimmer. Und ich weiß nicht, was zur Hölle da los ist. Wenn du denkst, jetzt geht es endlich, kommt von irgendwo ein neuer Bug her. So sollte das Sprichwort eigentlich heißen. Dann wäre es korrekt. Oh nein, das hat ja jetzt gut funktioniert mit dem Deaktivieren und Neuaktivieren. Dann seid ihr mal live mit dabei. Nicht nur mit den Bugs in den Spielen, sondern auch bei meinem Aufnahmeprogramm muss ich mich rumärgern. Hey, ich kann zur Zeit echt keine Folgen aufnehmen. Das ist echt ein bisschen nicht so cool, ehrlich gesagt. Neue Installation habe ich versucht. Jetzt hängt es komplett. Jetzt kann ich machen, was ich will. Videokonfiguration. Versuchen wir jetzt mal hier was zu ändern. Ich glaube, jetzt ist der Spielsound verschwunden, oder? Auch nicht schlecht. Oh oh. Signal verloren. Wört ihr mich jetzt überhaupt noch? Nimmt es überhaupt noch auf? Aha. Das hat für ungefähr eine Sekunde jetzt geholfen. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn da los? Der Prozessor ist nicht überanstrengend. Es ist eigentlich alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen. Überhaupt keine Probleme eigentlich. Vielleicht muss ich einfach mal ein anderes. Ich benutze OBS, weil ich das eigentlich sehr gut finde, das Programm. Vielleicht muss ich einfach mal ein anderes Programm versuchen. Also ich meine, ich benutze ja, weil irgendwie hat mein Rechner hier sowieso Probleme, jetzt hängt es schon wieder, hat sowieso Probleme mit Elgato Sachen leider. Mein alter Rechner, bei dem ich aber leider nur mit 30 Frames aufnehmen kann, der funktioniert mit Elgato perfekt. Aber der neue Rechner hat mit Elgato Probleme. Jetzt habe ich mir eine Capture Cup von einer anderen Firma geholt und nehme jetzt mit OBS auf. Und das hat jetzt die längste Zeit echt gut funktioniert. Gut bis sehr gut. Kleine Kinderkrankheiten am Anfang. Ich muss ja auch erst lernen, damit umzugehen. Aber jetzt, bam, wieder total kaputt alles. Hm. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir noch schnell wenigstens ein paar Kinder des Atoms Kerzen platzieren können. Hier wollte ich so einen kleinen Altar machen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, für was. Ob wir da irgendwas, so eine Mini-Nuke, so eine Mini-Atombombe könnten man hier platzieren oder irgendwas. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. Würde mir schon gefallen. Irgendwie schwebt es ein bisschen, oder? Ja, ist schon so ziemlich. Naja. Whatever. Dafür steht das oben durch, durchs Dach durch. Und dann sind wir quitt. Ach Leute, wir beenden jetzt die Folge hier, weil das hat leider irgendwie echt keinen Sinn. Ich muss das dringend reparieren. Ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Und dann gibt es wieder Folgen, in denen man wieder was sehen kann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Und wie gesagt, sollten die nächsten Tagefolgen zu spät kommen oder gar ausfallen, dann wisst ihr, woran es liegt. Ich muss mich jetzt einfach darum kümmern. Es hilft jetzt nichts. Ich kann nicht weiter aufnehmen, wenn ich nicht aufnehmen kann. Also, hoffentlich bis morgen. Macht's gut, bis dann. Ciao.